Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist jetzt schon das zweite Video in der Woche. Ihr habt es gestern gesehen, was ich so im Juli gelesen habe. Und heute schauen wir uns auch, was ich im August lesen werde. Denn ich habe, wie schon im Juni, wieder ein Pick-My-Sub gemacht. Und diesmal mit der Caro vom Kanal Marie Salon du Livre liest. Es ist da verlinkt. Bei ihr kommt jetzt auch gerade ein Video online, wo ihr dann seht, was ich für sie ausgewählt habe. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach ihr Auswahlvideo an. Hallo lieber Theo. Es freut mich, dass wir im August zusammengefunden haben für Pick-My-Sub. Im Grunde genommen verbindet uns außer, dass wir gerne lesen, Booktube-Videos drehen und in Österreich wohnen nicht wirklich. Aber ich folge jetzt dem Theo schon einige Monate. Und zwar deshalb, weil er so wahnsinnig unterschiedlich liest. Da kannst du in einem Video alles haben. Von einem absoluten Horror-Schocker bis hin zu einem Buch mit Lokalkolorit, Humor und allem, was dazugehört. Es ist unglaublich, wie unterschiedlich. Ja, das stimmt. Ich lese halt einfach wirklich quer durch die Bank. Ich versuche gerade auch für diesen Kanal das Hauptaugenmerk so ein bisschen Erfordern bzw. Fantasy zu legen. Aber gerade in diesem Jahr, kommt mir vor, lese ich sehr viel Belletristik und will mich einfach auch im Bereich der österreichischen Literatur bzw. generell im Bereich der Klassiker ein bisschen weiterbilden und da einfach ein bisschen mehr nur lesen. Und hin und wieder kommt meiner Meinung nach der Horror leider auch zu kurz. Aber wie gesagt, ich versuche echt das Hauptaugenmerk auch darauf zu legen. Ja, und Caro lest halt sehr wenig in diesem Horror-Bereich. Drum ist diese Verbindung zwischen uns eigentlich wirklich sehr lustig. Er das Ganze bewertet und was er auch liest. Ich bin immer gern dabei, auch bei seinen anderen Videos, die so nicht unbedingt Bücher betreffen, vielleicht auch Bücher bezogen sind, aber sich mehr auf Filme beziehen und so. Ich kann es nur empfehlen, schaut es euch seine anderen Videos an, die sind auch total interessant und manche witzig, manche gruselig. Also, ja, er hat da auf jeden Fall Talent. Ich versuche immer irgendwie einen Bücherbezug herzustellen. Bei den Horrorfilmen ist es halt manchmal schwierig, aber so wie es jetzt da war mit dem Graug und Joll und so. Ich versuche immer ein bisschen Bücher mit ins Thema zu ziehen, finde es aber einfach cool, andere Themen auch ein bisschen anzusprechen, die halt auch teilweise den Horror sehr betreffen. So wie auch American Horror Story ist halt einfach das Werk, das irgendwie alle Horrorfilme und andere Horrorbezüge verbindet miteinander. Aber um das soll es jetzt nicht gehen. Wir schauen weiter. Wir haben uns also entschieden, zwei Bücher aus unserem Sub zu wählen und eines frei. Als man die zwei Fotos von seinem Sub gemailt hat und ich sie mir genau angeschaut habe, habe ich befürchtet, oh, ich werde nichts finden. Aber ich hatte tatsächlich gleich mehr oder weniger so einen richtigen Jackpot. Es gibt dort Bücher, die ich schon gelesen habe. Jillian Hoffmann sage ich da mal. Ausgewählt habe ich dann allerdings Bücher, die ich selbst ins Auge gefasst habe, schon möglicherweise in der Hand gehabt habe, aber dann nicht dazu gegriffen habe. Buch Nummer eins ist The Door Factory von Elizabeth McNeil. Kurze Unterbrechung, ich hole es gleich wieder her und sage zuerst, warum ich es ausgewählt habe. So, das ist das Buch, das Caro jetzt ausgewählt hat, The Door Factory. Ich habe es mir fast gedacht, dass es vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht. Das Ganze ist nämlich ein bisschen historisch. Es spielt 1850 und geht aber glaube ich schon auch so in die Fantasy-Richtung, glaube ich. Zumindest, ja, das Cover hat mich sehr angesprochen. Das ist erschienen während dem ersten Lockdown, glaube ich, oder dem zweiten. I'm not sure. Und wie ich es eingeräumt habe ins Regal in der Arbeit, habe ich mir gleich gedacht, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir besorgen muss. Ein Buch, da weiß ich nicht, gefällt mir das Cover oder nicht. Den Klappentext finde ich gut. Ich finde das Cover super cool. Aber ich weiß nicht, ob mir dann die Geschichte gefallen wird. Jetzt bist du dran, du musst sie lesen und dann sagst du es, wie es dir gefallen hat. Dann kann ich einfach anders ergreifen. Und das zweite Buch ist von Siri Patterson, Vardari Eisenwolf. Das ist der erste Teil. Kurz wieder unterbrechen und ich ruhe es. Das ist dieses wunderschöne Buch. Ich finde diese Cover so toll. Ich finde generell die Cover vom Articus Verlag super. Von denen ist nämlich auch diese zwei Bücher, die ich auch beide noch nicht gelesen habe, die aber jetzt nicht auf dem offiziellen Sub liegen. Also ich finde die Cover dieser Titel immer super cool. Ich muss aufhören weiter zu sprechen, während ich herumräume. Ich finde die Cover super toll. Das war jetzt offiziell auf meinem Sub. Und das steht da glaube ich auch schon ein bisschen länger. Und das sind zwar schon etwas dickere Bücher, die da ausgewählt worden sind. Da finde ich die Gestaltung des Buches unglaublich ansprechend. Gefällt mir total. Ist auch der Klappentext so, dass ich sage, das könnte etwas für mich sein. Ich mag Fantasy, auch wenn ich es nicht so häufig lese. Aber so zwischendurch bin ich Fantasy nicht abgeneigt. Und da denke ich mir jetzt auch, jetzt schauen wir mal, was du dazu sagst. Und dann kann ich mich nicht immer noch entscheiden. Ich bin schon gespannt, was ihr dazu sagt. Ich fände sie hat zwar sehr gute Titel ausgewählt, auch sehr unterschiedliche. Sie sind beide ein bisschen dicker. Wir wissen zur Zeit, bin ich nicht so der große Leser. Aber im Notfall, sie soll wieder mit ins nächste Monat, so wie es auch bei Hex der Fall war. Und jetzt kommt nur das Buch, das sie frei für mich ausgewählt hat. Und da bin ich auch sehr gespannt. Das frei wählbare Buch, das war jetzt, da war Engelchen. Das Engelchen, das war mein Carter Starsky, der anscheinend mit dem Engelchen nicht einverstanden war. Auf jeden Fall, das Engelchen hat gesagt, schau mal, ob wir was finden, was ihm gefallen könnte, in seinem Lieblingsgenre oder so. Und das Teufelchen da, hat natürlich ganz hämisch gelacht und sagt, na, jetzt such mal was aus, was ihm gar nicht gefällt. Schlussendlich hat das Engelchen gewonnen und zwar deshalb. Ich habe ein Buch ausgesucht, das ist schon längst länger so vor mich. Kurz wieder Unterbrechung, ich habe ja mein Video auch schon losgeschickt und sie hat mir dann geschrieben, das Engelchen hat gewonnen. Und ich habe mir so kurz gedacht, was, um was geht das? Weil ich schaue dieses Video jetzt auch zum ersten Mal. Also ich habe nicht gewusst, was sie auswählt. Und ich weiß auch jetzt noch nicht, was sie als freies Buch auswählen wird. Ich war es nicht so, entscheiden wollte, ja, kaufe ich, kaufe ich nicht. Jetzt habe ich es aber heute geholt, damit ich es extra in die Kamera zeigen kann. Weil es ist optisch ein absolutes Schätzchen. Von einem Verlag, den ich bisher großräumig umgangen habe, weil er sehr extreme Geschichten veröffentlicht. Ich spreche vom Fester Verlag und Stille Gefährten von Laura Purcell. Wie es jetzt kurz gesagt hat, ein sehr extremer Verlag. Habe ich mir natürlich gedacht, das ist der Fester Verlag. Habe kurz Panik gehabt, dass ich es doch schon da irgendwo stehen habe. Weil ja nicht alle meine ungelesenen Bücher da drüben stehen. Beziehungsweise Caro vielleicht auch gar nicht weiß, was da schon so herum steht. Aber Stille Gefährten habe ich auf jeden Fall noch nicht. Mich hat das Cover auch nicht so angesprochen. Darum habe ich mich nie näher damit beschäftigt. Jetzt werde ich es mir auf jeden Fall besorgen. Eine Gespenstergeschichte, die im 19. Jahrhundert in England spielt. Und es hat einen goldenen Buchschnitt. Ich hoffe, ihr seht es. Ich weiß aber, glaube ich auch, dass nicht jede Auflage einen goldenen Buchschnitt hat. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt auch noch eins besorgen kann mit diesem tollen Buchschnitt. Seht. Ein Lesebändchen. Und dieses... Super. Dann finde ich auch den Vorschnitt total schön. Und es ist einfach auch innen ansprechend gestaltet. Und die Meinungen, die ich bisher dazu gehört habe, waren durchwegs gut. Und jetzt denke ich mir, das solltest du lesen. Ich freue mich schon richtig drauf. Also habe ich meinen Sub wieder vergrößert, obwohl ich ihn eigentlich verkleinern sollte. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Schaut seine Videos unten noch an. Sie sind wirklich sehr sehenswert. Und Theo, wir sehen uns und hören uns hoffentlich bis bald. Bitte. Okay. Das sind also die drei Bücher, die sie ausgewählt hat. Stille Gefährten werde ich mir jetzt gleich besorgen. Es war ja im Juni so, dass das Hex, was mir die Nina empfohlen hat, super gut war. Ich denke auch, dass die Caro da sicher was Gutes für mich ausgewählt hat. Ich habe auch drei Bücher für sie ausgewählt. Das Video verlinke ich euch jetzt einfach mal da und unten. Schaut es bei ihr vorbei. Sie hat einen ganz anderen Lesegeschmack wie ich. Das haben wir beide schon erwähnt. Ich finde ihre Videos einfach sehr interessant. Und ich schaue sehr oft einfach Videos über die Bücher, die mich so nicht interessieren. Aber einfach, weil sie das so gut erzählt. Und man merkt dann, wie sehr ihr diese jeweiligen Geschichten gefallen haben. Und ich schaue es da sehr gerne aus. Ich habe jetzt da ein Format, wo sie ein bisschen über andere Themen redet. So die Titanic und Ägypten und so. Wirklich sehr interessant. Sie hat da sehr viel Wissen. Und ja. Ich kann euch den Kanal auf jeden Fall empfehlen. Ich werde mich jetzt ans Lesen setzen. Und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video wieder. Und tschüss. Schaut es bei ihr vorbei.